Lassen Sie mich einige Sätze zum Begriff Kultur sagen. Ich finde, Kultur ist ein fundamental wichtiger Begriff. Warum ist das so? Wenn Sie in unsere Gesellschaft schauen, in moderne Demokratien, sind Sie konfrontiert mit Problemen, die sich sehr schön kulturtheoretisch beschreiben oder verstehen lassen. Denken Sie an den sogenannten Populismus. Sie sehen die Kaczynskis in Polen, Sie sehen Viktor Orban in Ungarn, Marine Le Pen in Frankreich, Donald Trump in den USA, durchaus auch Parteien, die als rechtspopulistisch bezeichnet werden in der Bundesrepublik. Wie verstehen wir das am besten? Wir sehen einen neuen Nationalismus, möglicherweise so etwas, was wir Hegemonie des Neoliberalismus nennen können. Also eine Dominanz des Wettbewerbsgedankens in allen Bereichen unserer Gesellschaft, die durch staatliche Institutionen noch transportiert werden. Wir sehen Identitätspolitik in vielen Bereichen, in der Religion, im Sport, im Bereich Nation und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben Problemfelder, die durchaus neu sind, die möglicherweise auch neue Erklärungsmuster mit sich bringen. Traditionell ist es in den Sozialwissenschaften so, dass wir eher ein mechanistisches Bild von Verhalten zugrunde legen. Wir sprachen bereits über Rational Choice, über normorientiertes Verhalten, wir sprachen über Korrelation. Seit den 1960er Jahren gibt es zunächst sozialtheoretisch, später empirisch ein Cultural Turn, könnte man es vielleicht bezeichnen, eine Hinwendung zu kulturtheoretischen Erklärungsmustern in der Soziologie, in den Geschichtswissenschaften und auch in der Politikwissenschaft. Die sich oder der sich speist aus einer Kritik an der Dominanz quantitativ standardisierter Verfahren, also Kritik an der Statistik und des Erkennens einer Notwendigkeit, des, wie man es nennen könnte, Dekodierens von Bedeutung. Anthony Giddens hat hier von der doppelten Hermeneutik gesprochen. Das heißt, die Produktion von Bedeutungen über Bedeutungen. Empirische Schwerpunkte waren dabei zunächst bis in die späten 60er Jahre hinein, so etwas wie ungleiche Ressourcenverteilung zwischen sozialen Schichten und Klassen, beispielsweise auch die sozialen Folgen des biologischen Geschlechts. Wenn es um eine Genderperspektive ging, später ging es dann um die kulturelle Konstitution sozialer Milieus, also den Fokus auf gruppenspezifische Deutungsmuster, Lebensführung, Lebensstil, Gender, eben dann nicht mehr als Folge biologischen Geschlechts, sondern als soziale Konstruktion. Kulturelle Differenzen basieren auch auf unterschiedlichen Wirtschaftsstilen, konstituieren diese Wirtschaftsstile eben auch. Wir sprechen hier von Organisationskultur, wir sprechen von kollektiven Identitäten als Imagine Communities und kollektives Handeln auf der Grundlage gemeinsamer Wirklichkeitsmodelle. Also wenn wir die Welt ähnlich sehen, wenn Akteure die Welt ähnlich sehen, dann wird kollektives Handeln erst möglich. Das heißt, es gibt hier eine Verschiebung von Interesse und Normen auf kognitiv-symbolische Strukturen in der Kulturtheorie, die eben bestimmte Dinge ermöglichen, ausschließen. Wir analysieren sozusagen erstmal die Voraussetzungen zweckorientierten Handelns, das, was so prominent in Rational-Choice-Theorien sind und legen zugrunde Strukturen des Wissens und Differenzsysteme, wie wir sagen. Also Menschen, die sich gegenseitig, wie wir es nennen würden, subjektivieren, also als Subjekte erst erzeugen dadurch, dass sie in einer Gesellschaft leben. Sprache spielt ja eine große Rolle, Sprache als System von Zeichen. Wir analysieren also Sprache. Geräusche hingegen gelten dann nur als Sprache, wenn sie Ideen, Bedeutungen transportieren. Das heißt, wenn sie zum Beispiel Teil von Konventionen sind, wenn sie ein Teil eines Systems von Zeichen sind. Zusammengefasst könnte man sagen, Kultur, das sind so Dinge wie Pläne, Rezepte, Regeln, institutionelle Merkmale in einer Gesellschaft, Programme zur Anleitung von Verhalten, tradierte Bedeutungsmuster von Akteuren, Handlungspraktiken. Nicht das, was bei Menschen im Kopf herumspukt, sondern immer das, was sie tun, was sie an Kleidung tragen, was sie essen, wie sie sich verhalten. Es ist also ein soziales, kollektives Phänomen, was öffentlich zugänglich ist, was man analysieren kann, nicht die Ideen, die Menschen in ihren Köpfen herumtragen. Das wäre Kultur oder vielleicht mit dem wissenschaftlich reicheren Begriff Diskurs.